also schicken armee um um hallo leute und sehr herzlich willkommen zu einer neuen let's play reihe und zwar let's play minecraft single player und server ist allein ja bis selber ip und dann würde ich sagen fangen wir gleich an nur zur info ich habe mir die welt schon angeschaut das sieht es so genial ich bin weg sondern auch in 20er pack und da unten sind ja schon die denn sieht und ich würde so machen dass ich vielleicht alle biome zu finden oder alle tiefen ins zu finden aber er schreibt einfach in die kommentare ob ich es machen soll oder nicht auf jeden fall hier unten tue ich dann eisen fahren da ist kohle und da hinten ist dann ein dorf mit mit einem schmied und da hinten und hier habe ich auch schon gesehen ist noch ein dorf mit schmied und noch so eine pyramide und ich gehe zuerst zur pyramide und nimm noch zu das ist ja egal auf jeden fall habe ich neues aufnahmeprogramm wenn es kleine standbilder gibt ist egal besser als bei forbes läuft irgendwie gerade bei mich so flüssig hier kann dann sie ja hier sind halt auch kleine standbilder standbilder ich war mir sicher dass hier doch war ist doch kein dorf egal dann gehe ich halt zum anderen dorf auf jeden fall erkundigt denn sie den creative und survival und und whatever you want to do du wirst du sie ja mein englisch könnte sind die besten mhm jo also ein paar themen heute war ich geocaching falls ihr nicht wisst das ist da gibt es so koordinaten die gibt man ein und da geht man dann halt so hin ich suche das halt und das habe ich halt mit meinem handy gemacht und ja ja anfang spiele ich auch auf friedlich ja es sind fünf parts damit es leichter läuft auch sniper pipi ähm und ich fange direkt an ein paar steine zu sammeln das wichtigste das ich erkläre ich jetzt mein wie soll ich sagen single player koch buch rezept buch sowas und und da wäre schon angerufen ähm ja läuft eigentlich achso ja das aufnahmeprogramm heißt action auch zu bezeichnen was ich aber immer noch nicht kapiere wie man mehr als 30 fps bekommt und es bleibt immer bei 30 20 stehen lol wer ist das ich hab da auch mein handy ähm und beim movie von sniper pipi von sniper pipi ja nach der runde gehe ich ähm gehe ich gleich in die konfi rein ja die ich mache das immer so 15 bis 15 30 minuten so ich schaue immer auf die uhr wir sind gerade schon bei 4 15 glaub äh könnt gerne nachschauen ich sehe es da oben also ja ist classic oder na gut hab ich gesagt dass ich wenigstens freunde hab ja ne das habe ich was ich richtig geil finde mein pingel und ich hab ja noch nicht mal gutes internet äh ich sammle hier ein paar schweine ab aber irgendwann finde ich heraus wie ich mehr als 30 fps bekomme das schwöre ich euch das schwöre ich euch wirklich level habe ich schon immer in meiner schule in meiner parallelklasse gibt es da auch solche boys sag ich mal da hinten ähm auch ganz auch und äh wozu ein projekt machen so keine ahnung was grad ist auf jeden fall hier gehe ich auch irgendwann rein auf jeden fall modpack let's play aber nehmen halt nicht auf ist egal ich kann aufnehmen wenn ich will aber ich glaube ich mache es nicht ist dann so eine art privat und die machen das mit artern aus das versuche ich auch gerade hin zu bekommen ja mein problem ist halt äh mein problem ist halt irgendwie äh ich habe mich schon angemeldet mein e mail angegeben die er nicht weiß die er nicht weiß gell die er nicht weiß ähm ja doch da schon dann muss ich sie jetzt noch aktivieren aber problem ist ich kann es nicht aktivieren beziehungsweise habe ich habe halt die e mail bekommen habe angenommen und dann steht da ähm aktivierung fehlgeschlagen benachrichtige einen admin und das habe ich oder halt administrator das habe ich gemacht und hier ist die schmiede und ja also was komisch ist auch ich mag den Ofen von ähm tut mir leid ich weiß nicht ob die es hört blöd gut ähm halt meine parallelklasse ja mit dem projekt irgendwie klappt es nicht mit dem skype ich hatte erinnern von den angeschrieben aber irgendwie geht es grad nicht äh und deswegen tue ich ihn auch mal anfangen irgendwann ja ich brauche wolle für bett für bett aju ich bin gold ich bin richtig gut in deutsch deutsch king ich weiß stand bilder aber ich hoffe es macht nicht schnipp schnapp wolle ab ich glaube acht minuten sind wir jetzt schon ja mach mal liebe ihr zwei ich sehe zu liebschaft aus ja ich möchte mit chickens züchten ja ja komm noch du schnipp du auch ja und dann samt ich nehme am sonntag auf und gestern halt am samstag haben wir gegen eine mannschaft gewonnen ich jetzt nicht gern will weil sonst könnt ihr herausfinden wo ich wohne manche wissen es ja aber nicht alle deswegen hey ihr kommt mit ihr verrückten hündchen kein hündchen bleibt aus ja kommt kommt es ist bei fuß kommt ihr bei fuß bei fuß ja schon okay ihr kriegt alle nachher ist einfach nur mitkommen also ich hoffe das werden ja immer mehr chicken army of doom ja auch es wird noch ja hallo selten hat disco gemacht nee hier ist zu schlecht alter chicken army kommt ihr kommt ihr vor allem mal du bleibst du kommst hier nein ihr kommt alle rein mal schauen ob noch jemand kommt da hinten habe ich einen gesehen aber ich glaube es kommt nicht aber ich habe eine chicken army das ist schon mal gut du kommst noch mit dann halt nicht nein chicken na gut das reicht eigentlich ja ich weiß schon ich mache ein bisschen heller ich habe ein ei ploppen hören pam was habt ihr für preise schüler eure basis ich schiebe mich mal hier rein ja ist ja besser wenn man weiß wie man es kauft wird ich habe lacht 30 ok haben noch ein bisschen es werden immer weniger oder da rein in die ecke in die ecke werdet ihr gemobbt 3 ey du kommst hier rein ihr kommt alle hier rein du kommst mit ja genau du du ja ich stau mich an du mit deinen riesen augen jetzt komm ey komm das will mich verarschen hier Samen hier friss ja jetzt kommst du ne ja jetzt 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 bist du zu dumm oder was endlich wollt schon sagen und du doch für wundervoll ziehe ich ey du genau du ey ich reg mich auf du bist auch ja noch gute minuten und dann ist dieses lp beendet tuttet äh ich suche grad stein egal ich geh jetzt ins haus und beende dann die folge 1440 ja die hühnchen nehme ich noch mit ja komm rein ja komm ja komm gut und hiermit beende ich die folge schreibt in die kommentare ob ich weiter diesen projekt machen soll und dann sehen wir uns bei der nächsten folge wieder ja ja mit unserer kleinen schicken mit unserer kleinen schicken mit das ist das